Hallo ihr Lieben, wir haben eine wundervolle Alternative gefunden zum Online-Shopping und haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir euch trotzdem die gute Beratung bieten können. Und zwar bieten wir jetzt eine Online-Beratung an über unsere Homepage. Dort könnt ihr einen Termin buchen und schon verabreden wir uns per Videocall. Wir fragen euch natürlich erstmal, wie bei einer normalen Beratung auch, was ihr sucht, was ihr wünscht, was ihr für Bedürfnisse habt. Gucken nach eurer Größe und würden euch dann daraufhin eine Auswahl zusammenstellen. Ihr wählt, was euch am besten gefällt und nur die Sachen kommen ins Päckchen und werden zu euch nach Hause verschickt. Und was wir natürlich on top noch bieten wollen, ist, sobald das Päckchen bei euch angekommen ist, werden wir euch erneut beraten, um zu schauen, ob alles so sitzt, wie es sitzen soll, ob irgendwas davon noch verstellt werden soll, ob euch dies jetzt auch wirklich gefallen. Und falls etwas nicht gefällt, könnt ihr es natürlich zurücksenden. Und ich denke, wir werden da auf jeden Fall fündig. Vor allem ist es nicht wie sonst ein Online-Shopping, wo die Päckchen hin und her gehen und man nie zufrieden ist, weil die Größen nicht passen, sondern hier findet man über diese Möglichkeit seinen perfekten BH und das, was man wirklich sucht. Und alle sind zufrieden. Und alle sind die Größen nicht so. Und alle sind die Größen nicht so. Und alle sind sie nicht so. Und alle sind die Größen 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 nicht so. Und alle sind die Größen. Und alle sind die Größen nicht so. 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 Vielen Dank.